Okay, bevor das Video allgemein losgeht, muss ich hier ein Content Warning hinpacken. Für Rassismus, Eugenics und alles, was er mit so zu tun hat. Für die von euch, die mit dem Thema überhaupt gar nicht können, packe ich hier ein Timestamp hin, zu dem ihr hin könnt, das hinter dem ganzen, wie sagt man einfach, sensiblen Zeug liegt. Und für den Rest von euch fangen wir jetzt mit dem Video an. Im ersten Teil wird es hier sehr wenig Editing geben, einfach weil das ein sehr ernsthaftes Thema ist. Und ich das nicht irgendwie abwerten oder lächerlich machen möchte. Aber in den Teilen, wo es dann wieder um fiktive Sachen und um die weniger Extremsachen geht, würde ich dann wieder mit normalen Editing anfangen. Gut, nachdem wir das jetzt durch haben, so weit möglich, viel Spaß bei dem Video. Ich glaube, ich muss nicht erklären, was Rassismus ist. Aber ich sollte erklären, was Rassismus und Fantasy miteinander zu tun haben. Es gibt immer wieder Diskussionen, ob die Grundlagen von Fantasy rassistisch sind. Und ich würde persönlich sagen, nein. Aber es gibt Argumente, die das Ganze unterstützen würden. Beispielsweise beruft sich Fantasy auf Autoren, die aus heutiger Sicht relativ eindeutig als rassistisch gelten würden. Beispielsweise hat Tolkien die Orks explizit als Karikaturen von Mongolen geschrieben. Robert E. Howard hat in mehreren seiner Stories White Supremacy-Einflüsse und auch andere Sachen, die nicht so ganz koscher waren. Und Gygax hat George Armstrong Custer als Lawful Good beschrieben. Zur damaligen Zeit möchten zumindest einige dieser Sachen akzeptabel gewesen sein. Aber aus heutiger Sicht sind sie eindeutig als rassistisch zu sehen. Und dazu kommt das Problem, dass laut Tolkien in Mittelerde Rasse nicht ein soziales Konstrukt ist, sondern ein Fakt. Das heißt, Elfen sind objektiv besser als Orks zum Beispiel. Das Ganze macht zwar bei Tolkien Sinn, nicht weil er rassistisch ist, sondern weil Mittelerde ein Thema hat. Das Thema ist der Zerfall des goldenen Zeitalters im Grunde. Die alten erhabenen Rassen verlassen die Welt und es bleiben nur die Menschen übrig. Darum sind die Elfen und die Zwerge objektiv besser als Menschen, weil sie die große, alte, früher war alles besser Philosophie von Tolkien repräsentieren. Das Ganze wurde allerdings von anderen Fantasy-Autoren 1 zu 1 übernommen. Und das ist zu einem gewissen Grad problematisch, einfach weil diese Fantasy-Spezies häufig auf Gruppen in der echten Welt basiert sind. Und wenn ich sage, Elfen sind besser als Orks und die Elfen sind eindeutig weiß und die Orks sind eindeutig schwarz, ja. Ich glaube, die Kinder sagen dazu Bad Optics. Dazu kommt, dass dieses Ganze Rasse ist Realität und einige Rassen sind objektiv besser als andere Zeug. 1 zu 1 das ist, was Eugenik vorschlägt. Und für die von euch, die nicht wissen, was Eugenik ist, das ist im Grunde das, was die Nazis geglaubt haben. Einige Menschen sind genetisch besser als andere und einige Menschen sind einfach genetisch minderwertig. Das heißt, zum Wohle der Gesellschaft muss die Verbreitung dieser genetisch hochwertigen Menschen verstärkt werden und die Fortpflanzung von genetisch minderwertigen Menschen muss unterdrückt werden. Im Fall der Nazis hat das die in Form des Holocaust angenommen. Allerdings ist Nazi-Deutschland nicht das einzige Beispiel. Im Grunde hat ganz Europa und Nordamerika vor und während und nach dem Zweiten Weltkrieg relativ kranken Shit gemacht, der in Richtung Eugenik fällt. Beispielsweise haben Briten absichtlich und geplant indische Soldaten mit Senfgas vollgeschossen, nur um zu gucken, wie sie reagieren. Und die USA haben in Südamerika gezielt Geschlechtskrankheiten verbreitet, um zu gucken, was passiert. Dazu kommt, dass es in den USA das Konzept von Feeble-Mindedness gab, also Schwachsinnigkeit auf Deutsch. Und als schwachsinnig galt jeder, der sich nicht den sozialen Gegebenheiten anpassen kann. Ich möchte doch einmal daran erinnern, dass Eugenik sich rein auf die Genetik beruft. Dort Eugenik ist alles genetisch. Von dem Aussehen über die Intelligenz bis hin zum Reichtum und dem Charakter ist alles genetisch bestimmt im Glaubensmodell von Eugenik. Aber Schwachsinnigkeit war ein rein soziales Konstrukt. Eine Gesellschaft bestimmt, dass du nicht in die Gesellschaft reinpasst, darum bist du genetisch minderwertig. Dass das vor und hinten keinen Sinn macht, können wir alle sehen. Aber in den USA ging es so weit, dass Leute nicht heiraten oder sich nicht fortpflanzen durften, aufgrund von der Möglichkeit, dass die Kinder schwachsinnig sein könnten oder anderweitig behindert sein könnten. Und einige Leute wurden medizinisch sterilisiert, um vererbte Schwachsinnigkeit zu verhindern. Eugenik oder allgemein diese Idee von, es gibt hierarchische Rassen, die sich nicht mischen dürfen, ist auch einer der Gründe, warum es so ewig gedauert hat, bis es gemischtrassige Ehen gab. In Anführungsstrichen hier wieder. Und das Beste an dem ganzen Scheiß ist, dass Eugenik einfach stumpf nicht funktioniert. Nicht nur, weil solche Sachen wie Intelligenz und Schönheit zwar genetische Grundlagen haben, aber von der Gesellschaft gefördert bzw. so gesehen werden müssen. Und auch nicht nur, weil gewisse Sachen wie Intelligenz nicht selektiert werden können, weil da zu viele Faktoren zusammenspielen. Und außerdem, dass sowas wie Reichtum mit Genetik nichts zu tun hat, sondern mehr damit, dass reiche Leute ihr Gold horten und ihre Kinder weitergeben. Sondern außerdem, weil alle Menschen genetisch gesehen dieselbe Spezies sind. Und da muss ich kurz erklären, was ich meine. Es gibt eine Abweichungsskala, die bestimmt, wie weit etwas genetisch divers sein kann, bevor es als eine eigene Subspezies gilt. Im Fall von großen Säugetieren ist das bei 30% genetischer Diversität. Das heißt, wenn ich Gruppe A und Gruppe B von Säugetieren habe, die vergleiche und die genetische Diversität zwischen den beiden Gruppen ist größer als 30%, dann rede ich von zwei verschiedenen Spezies oder zwei verschiedenen Subspezies. Bei Menschen haben wir eine genetische Diversität von etwa 15%. Und diese 15% sind rein oberflächlich. Das ist sowas wie die Hautfarbe, die Knochenstruktur, die Augenfarbe. Also Sachen, die so oberflächlich sind, dass sie eigentlich bis auf das Äußere keine Auswirkungen haben. Das große Problem von Fantasy ist, dass Rasse nicht als ein soziales Konstrukt gesehen wird, sondern als eine Art objektive Wahrheit. Bei Tolkien macht das zu einem gewissen Grad Sinn, einfach weil er das Ganze erfunden hat und einen Plan dafür hatte. Aber andere Autoren haben es einfach eins zu eins übernommen, was dazu führt, dass in frühen Iterationen von Dungeons & Dragons Rassen und Klassen gleichbedeutend sind. Also jahrelanges Training und ewig lange Gebete, um ein Paladin zu werden, sind genauso charakterprägend, wie als Zwerg geboren zu werden. Und in einigen modernen Fantasy-Werken wird das so weit fortgeführt, dass einige Rassen automatisch als diese Rasse geboren werden. Was ich damit meine ist, dass ein Zwerg, egal wo er aufwächst und von wem er aufgezogen wird, automatisch zwergisch ist. Er hat ein angeborenes Talent für Schmieden, er kann automatisch Edelsteine schleifen und hat einen instinktiven Hass gegen Orks und Goblins. Und warum das problematisch sein könnte, muss ich glaube ich nicht erst großartig erklären. Dazu kommt erschwerend hinzu, dass Rasse in der echten Welt ein rein soziales Konstrukt ist. Einfach weil dieser Begriff verschiedene biologische, kulturelle und religiös- und moralische Aspekte nimmt und die einfach zusammen mischt, als wären sie eine Einheit. Und in Fantasy werden diese Aspekte häufig als eine Einheit behandelt. Daher würde ich vorschlagen, um dieses Problem zu lösen, könnte man von Rasse auf Spezies umspringen. Einfach weil eine Spezies deutlich stärker und fester definiert ist. Und ganz kurz eine Sache, die ich hier ursprünglich vergessen hatte. Rasse setzt außerdem voraus, dass Leute, die zu einer ethnischen Gruppe gehören, automatisch die kulturellen Inhalte, die mit dieser Gruppe verbunden sind, umsetzen müssen. Das heißt, nur weil jemand Asiat ist, wird automatisch angenommen, dass er die asiatische Kultur verkörpert, auch wenn der in den USA geboren wurde und noch nie einen anderen Asiaten getroffen hat. Das erkläre ich später im Video noch ein bisschen genauer. Ich wollte es nur hier einmal kurz erwähnen, weil es eines der Hauptprobleme ist, das ich mit dem Konzept von Rasse habe in Fantasy und in Fiction allgemein. Und in der Realität, aber das sollte eigentlich jeder haben, darum erkläre ich das nicht noch extra. Weiter mit dem Video. Das mag jetzt nur nach Wortwascherei klingen, aber ich habe eine Idee dahinter. Rasse ist, wie gesagt, ein rein sozialer Ausdruck. Das heißt, Rasse A und Rasse B sind genetisch gesehen fast identisch. Während Spezies A und Spezies B genetisch sehr verschieden sind. Und dadurch ergibt sich zusammen mit evolutionären Gegebenheiten und anderen Sachen eine Art Grundverhalten. Um das einmal für die Menschen darzustellen, Menschen sind eine Gruppe von intelligenten Primaten, die sich in geordneten und häufig hierarchischen sozialen Strukturen zusammenfinden. Und alle menschlichen Kulturen und Zivilisationen bauen auf dieser einfachen Grundstruktur auf. Das heißt, wenn wir jetzt aus den Fantasy Rassen die Fantasy Spezies machen, ergeben sich für uns mehrere Möglichkeiten. Zum einen können wir die angeborenen Verhaltensweisen der Fantasy Spezies ein bisschen runterdrehen, sodass sie nicht so extrem spezifisch sind, sondern eine allgemeine, etwas vagere Richtung vorgeben. Und daraus resultierend können wir viele verschiedene Kulturen pro Spezies aufbauen, die aus dieser Grundhaltung resultieren würden. Und damit ihr euch von dem, was ich hier gerade erzähle, ein etwas besseres Bild machen könnt, habe ich ein kleines Beispiel vorbereitet. Elefantenherden bestehen ausschließlich aus Weibchen und männlichen Jungtieren. Was daran liegt, dass männliche Elefanten mit der rechten Geschlechtsreife relativ aggressiv werden, weil ihr Gehirn mit Testosteron überstimuliert wird. Das heißt, das Grundverhalten von Elefanten wäre, dass es eine Sozialstruktur gibt, die nur aus Frauen und Kindern besteht, während die Männer nur während der Fortpflanzung und ihrer Jugend Teil dieser Gesellschaft sind und ansonsten von der Gesellschaft ausgestoßen werden. Das heißt, wenn wir das Ganze auf intelligente Spezies beziehen würden, hätten wir eine klare Unterscheidung zwischen Frauen und Männern. Die Frauen wären dabei im Grunde alles, was in der Gesellschaft stattfindet, während Männer höchstwahrscheinlich einfach nur als Söldner oder als wandernde Krieger sich verdingen würden, eben weil sie gezwungen sind, unabhängig von der Gesellschaft zu überleben. Und eben weil die Männer relativ aggressiv sind, wäre es wahrscheinlich, dass die Gesellschaft, um dieses Verhalten nicht anzuregen, relativ pazifistisch wäre. Das heißt, wenn es Krieger in dieser Gesellschaft gibt, sind sie höchstwahrscheinlich zur Verteidigung gedacht, also im Grunde eher Wachen als Soldaten. Und ansonsten ist es wahrscheinlich, dass man mehr auf Kultur auswehre, also auf Sachen, die nicht viel mit Krieg zu tun haben, sondern mehr Kunst, Etikette, Schönheit und all solche Sachen. Außerdem ist es wahrscheinlich, dass wenn andere Spezies in diese Kultur eingenommen werden, sie nicht nach ihrem tatsächlichen Geschlecht beurteilt werden würden, einfach weil dieses Grundverhalten einer Spezies so nicht unbedingt zu finden ist, sondern aufgrund ihres Verhaltens eingeteilt würden. Das heißt, eine aggressive Elfenkriegerin würde als Mann gesehen werden, während ein eher pazifistischer, zwergischer Runenmagier als Frau gesehen werden würde. Einfach weil diese Aufteilung der Geschlechter die Grundlage der Gesellschaft ist. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir mit dem Beispiel aufhören können, weil ich glaube, klar sein dürfte, was genau ich damit meine. Dadurch, dass wir jeder Spezies ein Grundverhalten geben, hat diese Spezies zwar einen eigenen Charakter, aber dieser Charakter ist vage genug, dass man verschiedene Ausartungen davon erschaffen kann, also verschiedene Kulturen, die auf dieser Spezies aufbauen. Und diese Kulturen sind offen genug, dass andere Spezies mit einbezogen werden können. Dadurch beugen wir einem Problem vor, das ich den mysteriösen Chinamann nenne. Für die von euch, die gerade nicht wissen, was ich meine, wenn ihr in den 90ern Fernsehen geguckt habt und ein mysteriös aussehender Chinese oder allgemein Asiate aufgetaucht ist, war es zu 90% sicher, dass er irgendeine Art von Konfu oder von östlicher Magie hat. Egal, ob es zum Charakter passt oder nicht. Das heißt, wir haben hier wieder diese normale Fantasy- oder Rollenspiel-Logik. Wenn mein Charakter Asiat ist, kann er automatisch Chinesisch sprechen, beherrscht Konfu und ist höchstwahrscheinlich ein taoistischer Magier. Auch wenn sein Name Joe Wong ist und er in New York aufgewachsen ist und von Beruf Schwackerfahrer ist. Er ist Asiat, darum hat er automatisch die asiatische Kultur. Und durch diese Aufteilung von Rasse in Spezies plus Kultur, können wir dem vorbeugen. Einfach weil die Spezies zwar diese Grundlagen hat, aber nicht eine eigene Sprache und eigene kulturelle Inhalte sofort mitgegeben kriegt. Und jetzt kommen wir dazu, wie ich diese Grundlagen in meinem eigenen Setting handhabe. Im Etaverse habe ich aus Designgründen 20 Basisspezies, die ich mit 10 Körperformen kombinieren kann. Einfach um einen größeren, kreativen Freiraum zu haben. Das heißt, um eine Spezies zu erstellen, nehme ich eine dieser 20 Grundspezies, kombiniere sie mit einer der Körperformen und daraus entstehen die tatsächlichen Spezies des Settings. Diese Basisspezies sind dabei sehr allgemein gefasst, wie zum Beispiel sowas wie Säugetier. Einfach um mir selber beim Design und beim Erstellen der Regeln und den Leuten, denen ich die Designs reindrücke, einen ungefähren Leitfaden zu geben, worum es bei dieser Spezies ungefähr geht und welche Limitierungen hier angebracht sind. Die Details entstehen entsprechend dann, wenn ich eine Grundspezies nehme, die mit einer Körperform kombiniere und daraus entsteht eine Spezies, die im Setting so tatsächlich existiert und die ein festes Grundverhalten hat. Das heißt, wir haben im Grunde ein Drei-Stufen-System. Wir haben einmal die Basisspezies, die einfach nur ein grober Sammelbegriff sind, haben dann die tatsächlichen Spezies im Setting, bei denen das Grundverhalten der Spezies auftritt und aus diesen resultierend haben wir dann verschiedene Kulturen, die auf diesem Grundverhalten aufbauen. So, danke fürs Zuschauen. Auch wenn das erste Dreifel vom Video vielleicht ein bisschen intensiv war, Ich hoffe, die Ideen, die ich hier präsentiert habe, haben euch einigermaßen weitergeholfen und ihr könnt das vielleicht irgendwo mal umsetzen. Ich spiele momentan, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ein bisschen mit dem Editing-Style rum. Also dafür wird es vielleicht nochmal in den nächsten Tagen oder Wochen ein Eure Meinung ist gefragt Nummer 5743 geben. Und wie gewohnt Fragen, Kommentare und Verbesserungsvorschläge bitte in die Kommentare reinschreiben. Und falls ihr mehr von dem Blödsinn hören wollt, lasst ruhig ein Abo oder ein Like da. Euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht oder wann auch immer, der es ihr anguckt. Und bis zum nächsten Video.